Kürzlich bin ich mit ihrer Freundin spazieren, die HPKOW gibt, also kirchliche Unterweisung für junge Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung. Sie hat mir gesagt, gell, manchmal müsste man die Bibel einfach umschreiben. Die, die hier im Herbstwald am Spazieren ist, heisst Christine Sibber und ist Pfarrin ins Untersehen im schönen Berner Oberland. Die Bibel umschreiben, ja, das hätte ich schon manchmal gerne gemacht. Es gibt ein paar Geschichten im Buch von den Büchern, die schwierig sind, unverständlich, die mit meinem Gottesbild nicht zusammenpassen. Trotzdem finde ich es wichtig, dass wir auch diese schwierigen Geschichten so stehen lassen lassen. Gerade wenn man sich an so eine Geschichte treibt, um sie ringt und nicht draus kommt, hat man häufig eine umso tiefere Erkenntnis, die so wertvoll ist. Meine Freundin hat aber nicht das gemeint. Sie hat mir erzählt, wie sie im HPKOW die Geschichte der Stellung des Sturm erzählt hat. Anschaulich hat sie die Kinder mitgenommen, diesen Sturm. Wie hat die Welle gepeitscht, der Wind hat geheult, Wasser kommt schon ins kleine Boot und die Jünger wissen nicht mehr, wie es wäre, ob schon sie ja Fischer waren und mit dem See Genezareth gut vertraut. Und Jesus schläft einfach hinten im Boot und lässt ihn im Stich. Dann hat sie eine Pause gemacht und die Kinder gefragt, was sie machen würden. Ein Mädchen hat gesagt, sie würde zum Jesus schlafen, auf das Küssen. Was für ein Vertrauen. In der Bibel wecken die Jünger Jesus und rufen, ist es dir eigentlich gleich, dass wir runtergehen? Jesus beruhigt die Welle und den Sturm und fragt dann, hat er immer noch kein Glauben? Das Mädchen aus dem HPKOW hat einen riesigen Glauben, wenn sie einfach zu Jesus schlafen will, in diesem Sturm. Das Beste, was man machen kann, wenn es im Leben stürmt, ist zu Jesus gehen und bei ihm Ruhe finden. Vielleicht hat Jesus gerade genau das gemeint, was er gesagt hat, wäre es sich zu himmelreich, nicht wie ein Kind schenken lässt, kommt nicht rein. Ja, für diese Geschichte würde tatsächlich helfen, die Bibel umzuschreiben.